So, jetzt bin ich in Eisburg dringend. Jetzt laufe ich von Richtung Perach, der Fall von Perach. Das war jetzt so schön. So nicht der Gang über Engelkirchen. Da ist jetzt Eisburg. Da sind Facken und Viertel und so schön. Da schaue ich. Eine weiße Läumer war dringend. Das ist eine Kinderarztpraxis. Ich weiß nicht, die hat die Schule in Erlbach. Jetzt kommt gleich Eisburg. Das ist eine alte Frau, 85 Jahre. Therapie, Lehr- und Forschungszentrum Eisenbuch. Therapie, Therapiepraxis, Kinderarztpraxis. Erst wird es Pip Pip machen, weil ich nicht angekommen bin. Das ist das Gestehaus Eisenbuch. Da ist die Sauna schon her. Das alte da drinnen ist die Sauna gewesen. Wir sind in die Sauna hingegangen. Das ist die Sauna. サ